Das diesjährige Messeexponat ist ein CraftMate G, also ein Glasfiller für den unteren Leistungsbereich und ist die Nachfolge von dem CraftMate C, den wir letztes Jahr auf der Ausstellung gehabt haben, um einfach auf den unteren Leistungsbereich eine Ergänzung im Glasbereich zu bringen. Die Vorteile für den Kunden sind vor allem im Footprint, also im Layout. Er kann also auf geringen Platzverhältnissen alle Funktionen abbilden, die wir theoretisch heute auch in der Modulfill-Serie im höheren Leistungsbereich haben. Und durch den angebauten Schutz ermöglicht es einfach einen sehr kleinen Footprint und kann in die bestehenden Linien auch eingebracht werden oder ermöglicht andere Aufstellungen dem Kunden einfach einen Vorteil, weil die Platzverhältnisse bringen.